Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind in Ifas Baum und werden heute eine halbe Stunde lang nur trainieren. Dazu werden wir, nur als übertrieben, wir werden auch den Baum ein bisschen erkunden. Aber hauptsächlich werden wir schauen, dass wir kämpfen tun. Ich möchte gerne der 30 werden, bevor wir den kompletten Baum fertig erkunden. Das hier ist eine gute Gelegenheit, weil es doch viele Viecher gibt und wir die eigentlich recht gut besiegen können. Da wir zwei tolle Damen dabei haben, die jetzt sehr beschwören können. Deshalb? Wenn wir dann zeigen, was heute noch ist. Und die hat kaputt. So, Eikon Spident. Ja, sicher. Jetzt hat sich die Trance aufgenommen. Die Trance. Ja. Ja. Juhu. Ja. Oh, niedlich. In der Form schaut sie auch total niedlich aus. Die kleine Susi Eiko. Sogar die Flüge sind etwas größer. Ja. Voll niedlich. Gefällt mir Ayi. Krass, die Ruhe ist jetzt. Feindlich, gut gemacht. Du Ort, tausend Erfahrungspunkte, immer gern ein Talisman und ein Haufen Gill, zweitausend Gill, weißt du schon. Ja, wir wollen nochmal runter. Da unten gibt es auch haufenweise Viecher und wir haben den Bonus, dass wir noch die eine oder andere Schatztumme mitnehmen können. Das ist irgendwie ein komischer Baum, oder? Da? Ja, hier haben wir auch eine. High Potion. Großer Heiltrank. Großer Trank. Ja, ein Trank. Und ein großer. Großer Heiltrank. Bäh. Das sind wir gar keine, Gott Gott, seinst, sind wir gar keine Viecher? Wir wollen ja kämpfen. Nicht nur Pisten aufmachen, sondern auch kämpfen. Du musst den Wacken kämpfen. Boah, was musst du denn tun für die Viecher? Ja, das ist ein Drache. Äh, Haru? Ähm. Zombie-Drache. Aufgesteckte Dette ist nur noch besser weg. Oder? Gut, viel mehr. In der Fall der Feld ist es nicht reichen sollte. Müsste aber. Ja, schlag mich nur. Was ist erledigt? Saubere Arbeit. Prima. Yeah. Wo, wo, wo. I could level up. Erreicht. Wir bekommen einmal ein High-Potion und ein bisschen Geld. So. Können wir da nicht hin? Doch. Einmal. Lamia-Flöte. Und? All-Heilmittel. Eine neue Flöte für unsere süße Eiko. Und ein neuer Kampf. Das ist schön. Ja, das gefällt mir. Wer drei Zombies. Das ist sehr schön. Aber mit Hinterhalt, das ist nicht schön. Aber die Bestien wären es schon nicht. Hoffentlich halt. So. Wir rufen den Tonal-Kontra. Und die Fenia. Ja. Und Mimi gibt auch noch sein Senf dazu. Mit Io. Zack. Ja, Titan ist jetzt stickig. Jetzt hast du es davon. Jetzt hast du es. Jetzt hast du es schon. Titan ist jetzt stickig. Titan ist jetzt stickig. Ja. Na komm, schau. Und die Bestia. Jawohl. Ach, uah. So, gut. So geht's auch. Gut gemacht. Ah, schön. So geht's auch. Vollmond erwähnt. Super, Aiko. Und uh, 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 Zitane Klemmer abereicht. Sehr schön. Ein Talisman wieder und ein bisschen will. Bisschen ist gut. Na 2000. Dankeschön. Okay. Anlegen. Aiko-Line. Aiko-Mäuschen. Können wir dir was Neues geben? No, noch nicht. Nö, nö. Nichts da. Nichts da. Aber eine Ability vielleicht. Eine Ability. Da könnt ihr eine anlegen. Ability abhaben schon. Das kann den Urschwein. Verhintet Schwein. Gift und Galle. Gift und Toxitus. Der Dings Frost und Flur. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Und auch für die gute Lilly. Was können wir dir denn noch schön geben? Urschrei. Was kann Adrenalin noch schnell? Verhintet Stopp. Aha. Wenn das Frost und Blut schweigen. Schweigen vielleicht. Schweigen ist sicher nicht so schlecht. Die Zitane. Kannst du eigentlich? Ja, er könnte ja auch was komponieren schnell. Fügt fliegenden Monstern immensen Schaden zu. Pestizid, Insekten, Weihrauch, Untot. Zombies zählt doch eigentlich zu Untot, oder? Dämonen immensen Schaden. Braut und Lukas. Ah ja, das war das. Geld und Leben. Na, das ist wurscht. Ich würde Weihrauch gehen. Das müsste passen. So. Und Eiko, glaube ich, hat noch zu wenig. So. Äh. Ja, wieder raufen. Ich glaube, wir werden so in den Bereichen bleiben. Zirka in etwa. Da werden wir so ein bisschen auf dem Ablaufen. Und uns, äh, ja, trainieren. Denk ich mal. Hallo, Monster. Jawohl, komm her. Da werden wir so trainieren. Ja, trainieren. Wir stärken unsere Muskeln. Unsere Muskeln. Ja. Wird ein Hinterhalt. Fui. Schäge. So krass. Aber die besten Menschen nicht. Wir rufen Rass. Und Fenia. Und Fui, Jokuma auch. So. Und kann schon losgehen. Und bei der nächsten Runde müssen wir anfangen zu heilen. Heeps. Genau. Schuss. Jawohl. Warn. Warn. Fack. Warn. Jetzt schreie ich kurz. Jetzt schön. Und, oh, 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 oh. Bin wir ein Level-Up erreicht. Super! 900 Gil und ein Periton. Können wir dir jetzt was Neues ankleiden? Oder ist das wieder ein Teil von irgendwas? Na, Stirnbandzuschauen? Stirnband wird schon gehen. Ja, toll. Aber das andere interessiert sie nicht. Fein, dann behältst du das einfach mal. Einfach behalten! Ich darf einfach mal so hin und her. Vielleicht geht das auch. Jawoll! Gab ganz gut. Schön trainiert. Und dann beim Part Ende werden wir einfach wieder rauf, fahren mit dem Lift und uns beide gucken. Hier. Oh, schreit du? Passt schlecht. So, wir wachen, Jun. Wir greifen an. Äh... Wir tun eine Heilbrücke. Und zwar meine Zitane. Und auch du, meine Brücke, heilst, äh... So. 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 So viel dazu. So. Ha! Wie schnell ist... Wie schnell ist das, was? Wo? 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 Was? Ah, ich krieg keine Punkte. Aber auf jeden Fall die Level abbekommen. Du Schwein. Du Ferkel. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Na, großartig. Mit was heile ich denn das jetzt bitte? Ah, das wird der Talisman sein, denke ich. Warte. Äh, einmal ordnen. Das wird wahrscheinlich der Talisman das können. Ja. Schweinerei. Echt, Schweinerei. Das kann man gar nicht anders sagen. Als wie Schweinerei. Sonja Fesenfest. Na, ich wollte verschauen, ob sie jetzt bald mein Level ab und so. Das kann. Aber schaut noch nicht aus. So. So, leider. So, da. Jawohl, ich habe schon die nächste. Ich weiß, es wird wieder sehr spannend. Aber... Äh... Ja. Es muss getan werden. So. Es geht alles schon ins Höhrenzweck. Außer da braucht Aiko ganz, ganz viele... Ähm, AP-Punkte. So. 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 Äh, warte, als habe ich vielleicht mal vergessen. I-Champs. Ich brauche einen Eta für die Kuli-Nili und für die Icon. Jo, das ist gut. Das gefällt mir. Wir haben hier laufen, 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 laufen. Wo sind die Gegner? Wir wollen die Verhauen. Wunder, wunderbar. Ja. Bum, 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 bum. Da, ram, da, dam, da. Na, wieso? Du kannst nur schreiben. Ja, das ist doch alles nicht. Jedenfalls, du bist jetzt mal Actuallyer maus levels. Ansonsten, du musst deine große Heilung machen. Ich will den das auch mal versuchen. Das hört sich doch daboutbar an. Ach du Heiligängn. Wie geht das jetzt? Ich weiß es nicht, ob es geht. Hm. Das war nicht gut. Das war instant. So, dann wollen wir wieder beleben. Ich wollte schon mal probieren. Ich glaube, bei dem geht es natürlich nicht. Ähm, ja. Versuchen wir mal, was wichtig geht. Egen? Hallo? Hallo? Ich habe mich jetzt wieder beleben. Achso, geht ja. Falscher Punkt. So, jetzt was? Ach, du heilige. Na, das machen wir nicht mal. Das war nur für so. Dann gehen wir vollkommen raus. Ich glaube, es ist egal, weil er eben ein Tot ist. Ich weiß nicht, dass er tot ist. Also, ja. Keine Ahnung, voll peinlich, was? Was kann das jetzt? Muss ich mal lesen. Einzelne Gegner, verbündete, absorbiert HP. Boah, ich sehe, wie du HP absorbierst. Werden wir jetzt selbst zerstören. Tja, ich halte es. Da hilft es nicht, wenn du kurz reinschautest. Boah. Was, bitte, warte. Das ist jetzt gerade. Da kannst du die Gose wieder rausrücken. Was, bitte, warte. Okay, wir können abnehmen. Oh, mein Gott. Das ist jetzt so. Jo. Passt. Du Scheiße. Du Scheiße. Du Scheiße. Na, freilich. Jetzt gibt es die Dalis. Aber ich glaube, Aiko hat was gelernt wieder. Super. Talisman, ne? Das kann ich mir schon mal merken. So, Talisman. Dann, NPD von... Ja, du hast eigentlich am meisten... Mana. So, das passt. Pfuh. Ah, und Anliegen. Genau. Die gute Aiko. Hat wieder was gelernt? Passt. Jetzt kannst du die neue Flöte haben. Levitas. Piersois. Und Silenzius. Kannst du da lernen? Kannst du da lernen? Kannst du das jetzt brauchen? Gut. So. Ja, ja. Ja. Und wieder der Drache. Der muss schnell weg. Einfach den Schaum. Ja, ja. Außer wir sind natürlich mit unserer Energie irgendwo. Ja. Das kriegst du ja auch gar nicht, wenn du was hast, ne? Da. Ja. Nein. Nein. Ja. 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 Jawohl, nicht wichtig. Perfekt. Silentium hat die kleine Eiko gelernt. Das ist schön. Gargandula-Karte gibt's auch. Schau, ich muss schau dir das an. Und ein Batzenkil haben wir auch gekauft. Einen kleinen Batzenkil. Einen kleinen Batzenkil. La la la. 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 La 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 la. Wir müssen natürlich so lange trainieren, bis Eiko auch Level 30 hat. Also da ist schon die ganze Gruppe gemeint. Das blöde ist eben, dass sie noch kein Level Up hat. Also also Millie lebt. Aber das wird schon wieder. Wegen dem einzelnen Millie ehrlich gesagt nicht. Was ist das? Lass sie ja rufen. Lass sie ja rufen. Lass sie ja rufen. Aber ihr müsst da auch die Karte sein. Pips. Oje. Ha, verfehlt. Ha, ha. Roten. Hm? So. Ja. Nochmal Pips. Auf damit. Hm. Die Eiko. Die schnelle müssen. Macht uns vor, dass der Timer abläuft. Jawoll. Sehr, sehr gut. Perfekt. Oh, der weiß jetzt lukrativ. Mantragora Karte. Aha. Wer die Tod und ein Issyki. Super. Super. Das sind wie gesagt die Zombies lieber. Die geben richtig schöne P. Erfahrungspunkte. Viele, viele Erfahrungspunkte. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wir müssen auch deshalb trainieren. Ich möchte, dass wir unbedingt allesamt. Ich glaube, das haben wir eh schon über tausend Lebenspunkte haben. Besser wären zweitausend. Aus einem bestimmten Grund, weil wir bald die Karteen wieder sehen werden. Und jetzt muss es nicht einer, sondern vier unglaublich haben. Und wir sind böse. Not Was muss da kommen? Super. Sehr gut. Wo, 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 wo. Bibi und Iko haben Level ab erreicht. Sehr schön. Einmal Zombie-Karte und Goldnadel. Und ein Haufenads gravittern. Super. Ähm, eben ab nur. Ja, nix erlernt. Ah, das ist gut schon wieder weiter. Jo. Ich hab kein Problem. So hat sich's gerade eingeleert. Na, wo geht's denn? So, das müsste schon reichen. Das ist einfach. Eiko muss dann geheilt werden. Entweder gesandt. Super. Sehr schön. Ja. Ja, das muss ich jetzt machen. Ja, und so hat sich die Karte noch mal abgerichtet. Ja. Sehr gut. Vantragora-Karte noch mal. Und ein bisschen gif. Das ist echt doof, dass Aiko noch kein Level up kann. Warte mal. Warte mal. Ich schau mir das kurz mal an, ob es sich irgendwo ein Item gibt. Ist zwar jetzt, ja, Feenrei wäre bald fertig. Weißt was, machen wir Feenrei noch fertig, dann kann ich schon ohne schlechten Gewissen wechseln. Machen wir so. Sind nur noch 5 AP-Pünktchen. Das kriegen wir hin. Zweimal Zombies bitte und ein paar Pünktchen. Zweimal das Zombie-Team und dann sind wir schon fertig. Von wem Zombie? Ist zwar auch ein Zombie, aber jetzt kommt der Zombie ab. Boah, schreie nicht. Es ist mal ein Video. Und ein Video. Und ein Video. Und, äh, für den Fall, dass wir abnehmen, das muss passen. Z-D-A-N-E, Z-D-A-N-E. Z-D-A-N-E, Z-D-A-N-E. Nächste Z-D-A-N-E. Zombie-Raum, schlecht. Ah, das ist die Lili. Jetzt hat sie das wahrscheinlich rum, ne? Z-D-A-N-E. 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 Schlecht ist das. Ja, da ist die Lili. Jetzt steht man jetzt schon. Schlecht. Ja. Jetzt kriegst du keine EPs. Ja. Schlecht ist das. Das ist jetzt schlecht. So. Äh, na, falsches Tun. Es tut mich da, aber es tut mich da. Halt es mal. So. So. Und weiter geht's. Das ist echt, dieser Zombiedrache macht einen fertig. Es wäre schon bald gut, wenn ich anfangen würde, zu warten, bis er seinen Angriff durch hat, bis dann dementsprechend reagiere und dann schiegt. Oh, das wäre besser. Das wäre besser. Das wäre besser. Das wäre gut. So, Angriff. Äh, normaler Angriff. Du machst deine Angriffe. Oh. Oh. Ja. Okay. Dann halten wir mal mit Feuer. Und du es jetzt in die Nähte ein. Ich habe das Mane übersehen. Peinlich. Wieder mal peinlich. Na los, mach ich nicht. Ja. Und sie dann mit Schack. Also. Ist noch zu. Das ist jetzt gerade der Figur. Jawohl. Nur 300 Heide sind. Nicht schlecht. Also gib's zurück, ne? Mana. Mana Punkte. Fein hier. Fein hier. Jawohl. Super. Jetzt tue mal. Jetzt bekommt sie was Neues. So, liebe Aiko. Wir wollen. Wir wollen, dass du so schnell wie möglich Level up einherst. Das ist die Frage. Wo ist das dabei? Ja. Phoenix. Ja. Hm. Hm. Level up. Hier. Elfohrig. Ja. Ich frage auch noch blöder. Passt. Und dann werden wir sofort links bei die Abilities. Wir haben dir ganz schnell nachgelassen. Das hier. Wir haben dir ganz schnell das Level upgeben. Was kommt jetzt vorwärtschnell? Ah. Das ist so wichtig. Dann kriegst du das. Und. Götterspeise. Rindet Stein. Und Gips. Perfekt. Perfekt. Jo. Das passt. Das passt wirklich gut. So. Und geht schon weiter. Und dann reagieren wir mal. Dann clicknopps. Und wenn ihr das listst. Und dann hat das eine andere Bestie. Die andere ganz andere. Mich würde jetzt. Eine andere Bestie interessant gewesen. Iko können. Könnte jetzt schon drei weitere. Also. Zwei weitere Bestie lernen. Ähm. Ja. Das kann Iko. Aber es ist mir jetzt wirklich lieber, wenn sie Level A bekommt, weil sie hinkt doch stark hinterm Darch. Hinterm Darch. Ja, hinterm Darch. Wir rufen ihn. Ja, gut. Sehr gut. Weg ist weg. Fast, endlich. Gut gemacht, sehr gut. Sehr fein. So, Eta haben wir bekommen. Wie gut, denn brauchen wir es nämlich eh. Für die gute Lili, die braucht auch Eta. Jo, jo, passt. Alles gut. Und weiter trainieren. Oh, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Gleich. Alter, das gibt's ja nicht. Kann ja echt nicht sein. Naja, dann werde ich gleich mal nach oben laufen eigentlich, ne. Wiegen Speichern und so. Bitte nach oben. Dann trainieren wir unter. Und können wir auch noch Billkämseln. Das ist ja kein Problem. So, jetzt mal ein bisschen rauf, runter, links, rechts, nein, so, 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 jawohl, perfekt. Dann geht es hier noch zwei, drei Kämpfe aus und dann war es das schon. Bam, bam, bam. So, auf du Busch, das müsst ihr scheiden. Und dann werde ich das wieder machen. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt hier bei der Karten Karten. Das ist ein bisschen, also. Ach, das ist der Karten. Oh, das ist der Karten. Das ist so, ich hab schon mal was. Oh, das ist der Karten. Das ist eine Karte, die ich jetzt habe. Das ist der Karte. Das ist der Karte. Und dann ist er, der Karte. Oh, schau. Oh, schau. So, ja. Perfekt. Super. Perfekt her mit den Erfahrungsbüchern. Nur ein bisschen viel. Jo, was schon. Besser als nix. Hinten und her und hinten und her und hinten und her und hinten und her. Ja, ja. Komm, Viech. Jawohl. Das ist, glaube ich, eh schon das Letzte für heute. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. So, Angriff. Ähm. Ich habe ein normaler Angriff. Was? Ich? Ich glaube, ich habe gerade... Nein, nicht. Da muss ich. Warte. Machst du noch mal einen normalen Angriff und du machst es so. Du machst es. Jo. So, nur ein... Warte, ist das nur ein Bilz gewesen? Wie armselig, oder? Haben wir den zweiten Schluck gehauen? Na. Ha, echt? Na, nur ist nur einer gewesen. Wie gemein. Das ist ja echt viel. Das war jetzt echt armselig. Na ja. Wir gehen auf jeden Fall uns mal in gesund. Jetzt wäre... Ja, ist ja wurscht. Oder? Jetzt hält es sich aus. Ich glaube nicht wirklich, ne? Aber das ist ja wurscht. Wir haben eh genug. Wir haben eh genug. So. Passt. Und speichern. Das ist ja wurscht. Ja, prima. Gluck, 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 gluck. Jetzt schreibt er mit einer Phönix-Daune. Ach so. Ich glaube, ne? Ach ja. Die Mogris sind schon was Niedliches auch. So. Schön speichern. Perfekt. Sehr gut. Und dann brauchen wir ruhig den nächsten Part dafür zu sorgen. Tschüss. Dass Aiko auch noch Level 30 wird. Das geht normal eh recht rasch und eh ziemlich auf dem Weg nach unten. Und dann können wir auch schon den restlichen Baum fertig erholen. Na prima, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.